Hallo, Sie sind auf dem Kanal Reparaturzeit. Heute bewerte ich den WORX WG163E Aquarasentrimmer. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo da zu lassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Der neue WORX GT3 WG163E ist ergonomisch auf den Benutzer abgestimmt und verfügt über die Command-Feed-Technologie, die vollautomatische Fadenverlängerung auf Knopfdruck. Command-Feed, vollautomatische Fadenverlängerung. Die patentierte Technologie von WORX verlängert die Schnittlinie bei Bedarf mit einem Knopfdruck. Verstellbarer Frontgriff ermöglicht es dem Benutzer, die beste ergonomische Haltung einzunehmen, um die Belastung der Muskeln bei längerem Gebrauch zu minimieren. Teleskopstiel aus leichtem Aluminium. Zur Anpassung des Werkzeugs an die Körpergröße des Bedieners. Schwenkbarer Schneidkopf. Der Kopf lässt sich um volle 90 Grad schwenken, sodass du auch enge, unzugängliche Stellen trimmen oder in unebenem Gelände Kanten schneiden kannst, wie es hin für einfaches Trimmen unter niedrigen Gartenmöbeln, Hecken und Sträuchern. Integrierter Pflanzenschutzbügel. Schütze deine Pflanzen, Blumen und Gartenmöbel vor versehentlichen Schnitten. Der verstellbare Schutz ist dein bester Freund, wenn es darum geht, die dekorativen Teile deiner Landschaftsgestaltung zu schützen. Zwei Werkzeuge in einem, Trimmer und Kantenschneider. Lässt sich leicht in einen Kantenschneider auf Rädern umwandeln, um Einfahrten und Kanten makellos zu gestalten. Sofortiger Umbau von Rasentrimmer zum Kantenschneider auf Rädern. Kompatibel mit allen PowerShare-Akkus und Ladegeräten. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Beim Anwinkeln zum Mähbetrieb bedarf es sein Kraft. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Schnell und einfach zusammengebaut. Angebautes Schutzblech. Sehr gut verarbeitet und leistungsstark. Er lässt sich auf die passende Größe einstellen. Sauberes Kantenschneiden durch Radführung. Einfacher Spulenwechsel. Der Akku passt auf andere Geräte von WORX. Drehbarer Schneidekopf, 90 Grad schwenkbar. Und es gibt eine automatische Fadenverlängerung. Damit ist unser Test des WORX WG163E Akku-Rasentrimmers nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin!